Hallo, ich bin's Ruth, willkommen zurück auf meinem Kanal Zwischentausend Zeilen und ich habe heute mal wieder einen super vielfältigen Lesemonat für euch. Wie beim letzten Monat bitte ich euch einfach meinen Lesemonat quantitativ nicht zu eurem Maßstab zu machen. Mein Alltag lässt es im Moment zu, dass ich so viel lese, wie ich das tue und auch der Mai ist quantitativ wieder ein extrem umfangreicher Lesemonat für mich gewesen. Qualitativ war es ein bisschen durchwachsener als zum Beispiel im April. Es waren weniger Highlights dabei und vor allem auch ein paar Flops, aber von denen erzähle ich natürlich trotzdem total gerne. Ich habe im Mai 22 Geschichten gelesen. Davon waren 10 Liebesromane, ein historischer Liebesroman, 5 Krimis bzw. Thriller, 2 Fantasy-Bücher, ein Science-Fiction-Buch bzw. Dystopie, 2 Romane und ein historischer Roman. Und die Bücher hatten durchschnittlich 330 Seiten und ich habe 3,3 Sterne vergeben. Bei mir ist es ja so, wenn ich bei 3,5 im Durchschnitt bin, kann ich richtig zufrieden sein. 3,5 ist bei mir die Bewertung gut, solide, empfehlenswert, unterhaltsam und alles aufwärts ist natürlich besser. Und alles, was da drunter liegt, auch im Durchschnitt, spiegelt dann so ein bisschen, dass ich auch Schwierigkeiten mit Büchern hatte. Ich habe aber super vielfältig gelesen. Das hat sich jetzt auch in den Genres schon gezeigt und ich erzähle euch auch im Detail, wie mir die einzelnen Bücher gefallen haben. Als erstes hatte ich eine Monatschallenge für mich selber aufgestellt und zwar, dass ich erstens in Reihen weiterlese, die ich angefangen habe und die mich interessieren und dass ich ein paar aufgeschobene Bücher lese. Und ich hatte ja, glaube ich, im März oder so mal richtig Schwierigkeiten, mir so abzuarbeiten, was ich mir vorgenommen habe als Lesevorhaben. Und so langsam geht das aber wieder ganz gut. Ich habe meine Monatschallenge mittelmäßig bis erfolgreich abgeschlossen und von den Büchern, die in diese Kategorie aufgeschoben und Reihen weiterlesen, davon erzähle ich euch natürlich auch. Was habt ihr denn im Mai gelesen und wart ihr zufrieden oder habt ihr euch ein bisschen mehr erhofft, sowohl quantitativ als auch qualitativ und war was dabei, was ihr mir explizit empfehlen wollt? Ich plane in den nächsten Wochen mal ein zusammenfassendes Video zu machen über alle Bücher, die ich im ersten Halbjahr abgebrochen habe. Dazu zählt dann auch Lieblingsmomente von Adriana Popescu, das habe ich nämlich dann im Mai abgebrochen. Deswegen werde ich jetzt zu dem Buch hier im Lesemonat nichts sagen. Und wir haben ja zuletzt im Dialog, also erst ich im Video und dann ihr in den Kommentaren über Triggerwarnungen gesprochen. Und ihr könnt mich zu allen Büchern fragen, ob sie bestimmte Trigger enthalten. Es gibt zwei Fälle, glaube ich, wo ich das explizit schon benenne. Und wenn euch aber Bücher interessieren, zu denen ich keine expliziten Triggerwarnungen ausspreche, dann könnt ihr mich dazu gerne fragen. Und so gut ich das kann, beantworte ich das dann. Los geht's mit dem ersten Flop. Und zwar ist das das Buch, wofür ihr abgestimmt habt. Ich hatte euch für den Mai Bücher zur Wahl gestellt, die ich vor mir hergeschoben habe. Und ihr habt für die Geschichte der Baltimores von Joel Ticare abgestimmt. Ich habe 1,5 Sterne vergeben. Und ich habe eine ganze Weile überlegen müssen, wie ich respektvoll über dieses Buch im Lesemonat sprechen kann. Es hat mir nämlich wirklich überhaupt gar nicht gefallen. Ich habe das in der Leserunde gelesen und wir hatten sechs Abschnitte. Und nur der Abschnitt in der Mitte, 100 Seiten oder so in der Mitte, haben mich so halb interessiert. Und alles andere habe ich wirklich mit großer Abneigung angefangen und dann fertig gelesen. Und ich glaube, es ist wichtig, direkt zu Anfang zu sagen, und das ist das, was ich meine mit respektvoll über dieses Buch reden, ein Großteil der Schwierigkeiten, die ich mit die Geschichte der Baltimores hatte, liegt bei mir. Und ich kann mir gut vorstellen, dass man das Buch auch mögen kann. Es ist kein schlechtes Buch oder kein Buch, was man nicht mögen darf oder so. Es ist ja ein Buch, was nicht zu Unrecht von vielen einfach auch gerne gelesen wurde und entsprechend so ein bisschen Hype erlebt hat. Ich habe das nun als Hörbuch gehört und hatte so einige Schwierigkeiten dabei. Es geht um die Familie Goldman, die so zwei Familienarme hatte, einmal die in Baltimore und dann die in Montclair. Und da passiert etwas. Es gibt eine große Katastrophe und wir treffen Marcus Goldman, einen der drei Cousins, die in diese Katastrophe verwickelt waren, acht Jahre später. Er ist mittlerweile erfolgreicher Autor und versucht aus der Rückschau die Geschichte seiner Familie zu erzählen und nähert sich so immer weiter der Katastrophe der Sagenumwobenen. Alles, was ich jetzt als Kritik äußere, und das gilt natürlich eigentlich immer, wenn ich über Bücher spreche, ist völlig subjektiv. Es gibt ganz, ganz wenige Fälle, wo ich mal sage, ja, das ist ein handwerklich schlechtes Buch oder so. Also, ich fand die Geschichte der Voltimos zu lang. Ich hatte vor allen Dingen in der ersten Hälfte, bis es dann zu diesem Mittelteil kam, der mich mal kurz ein bisschen gepackt hat und dann in der zweiten Hälfte immer wieder das Gefühl, dass es langatmig ist, dass es Abzweigungen gibt, die mich nicht interessieren und dass es einfach zu lang ist. Das war das Erste. Das Zweite war der Erzählton und zwar hatte ich oft das Gefühl, dass vor allen Dingen in den Dialogen, dass sich sehr unnatürlich angefühlt hat. Vor allem, also es geht um Marcus und seine zwei Cousins Hillel und Woody und wenn die sich miteinander unterhalten und auch wenn Erwachsene dazu kommen, Ich hatte ganz oft das Gefühl, so reden Menschen nicht. So, so, das fühlte sich so unnatürlich und gestelzt an, dass ich, und es gab sowieso nur wenig Dialoge, das heißt, das hat noch zur Langatmigkeit hin beigetragen und wenn dann Dialoge kamen, hatte ich das Gefühl, so reden Menschen nicht. Und die Langatmigkeit und der Erzählton haben dann letztendlich dazu geführt, dass ich überhaupt gar keine Bindung zu den Figuren aufbauen konnte und dass es mir bis zum Schluss eigentlich egal war, was mit denen passiert. Und es ist total schwierig für mich, über Bücher zu sprechen, die ich nicht fühlen konnte. Es ist viel einfacher, über Bücher zu sprechen, die mich aufgeregt haben oder die ich toll fand oder so, aber dieses indifferente Gefühl allen Figuren, eine Figur fand ich sogar richtig blöd, hat halt dafür gesorgt, dass ich große Abneigung hatte beim Weiterlesen. Die eine Figur, die mich immer wieder zur Weißblut getrieben hat, war Marcus Jugendliebe und die nahm einen großen Raum in der Geschichte ein und sollte, glaube ich, eine Sympathieträgerin sein und war das für mich einfach nicht. Ja, das war ein weiteres Problem und es gibt schon Themen, die erstmal ein negatives Gefühl hervorrufen können beim Lesen, zum Beispiel Neid und dass man Menschen anders wahrnimmt, als sie sich selbst wahrnehmen oder als sie tatsächlich sind und dass man sich selbst anders wahrnimmt, als man ist oder als andere einen wahrnehmen. Also es gab schon auch schwierige Themen, auch dass man in Familien manchmal über Dinge nicht spricht und dass das zu Problemen führt und so weiter. Das war jetzt erstmal nicht mal ein Problem, dass das grundsätzlich auch schwierige negative Themen waren, aber ich hatte auch das Gefühl, dass über die, das waren ja 600 Seiten, gab es zu diesen schwierigen Themen keine große Entwicklung. Also nicht mal der Marcus Goldman, der sich mit der Katastrophe rückwirkend befasst, hatte sowas wie eine Erkenntnis dazu, ach ja, okay, wenn man miteinander redet, ist es vielleicht ganz gut. Oder, oh wow, verzerrte Wahrnehmung ist ja ein krasses Ding oder so. Also ich hatte das Gefühl, es blieb alles, es blieb alles auf einer Ebene und es hat dafür gesorgt, dass ich mich wirklich gar nicht gut unterhalten gefühlt habe. Aber es ist ein Buch, was ich lange vor mir hergeschoben habe und jetzt mein Häkchen setzen kann. Ich hatte viel Freude an der Leserunde, weil wir natürlich entsprechend viel Gesprächsbedarf hatten, weil das Buch ein bisschen polarisiert und deswegen bereue ich es nicht, das gelesen zu haben, auch wenn ich mich ganz schön gequält habe. So, das war also das erste Buch, was so in die Monatschallenge gezählt werden kann. Dann habe ich eine kleine Novelle gelesen, ein historischer Liebesroman und zwar Band 0,5, der Brother Sinister-Reihe von Courtney Milan. Und zwar ist der deutsche Titel Die Gouvernante und ihr geliebtes Ungeheuer. Ich habe vier Sterne vergeben. Das ist der Auftakt für eine Reihe, historische Liebesroman-Reihe. Die Bücher kann man getrennt voneinander lesen und das ist sozusagen eine Vorgeschichte. Die Reihe erzählt dann die Geschichten von der Generation später, also von den Kindern derjenigen, die jetzt in Die Gouvernante und ihr geliebtes Ungeheuer die Hauptrollen spielen. Es geht um die Gouvernante, Miss Serena Barton, ja, deren Ruf ziemlich geschädigt ist und die ihre Anstellung verloren hat. Und die einfordert, dass ein Herzog sein Wort hält, der auch damit zu tun hatte, dass sie ihren Job verloren hat. Und der ist nicht besonders sympathisch und versucht sie einfach loszuwerden und schickt einen seiner Handlanger, nämlich Mr. Hugo Marshall. Das ist so sein Verwalter eigentlich. Und der hat auch was davon, dass dieser Skandal möglichst schnell unter den Teppich gekehrt wird und will Serena also auch loswerden. Aber kommt in Kontakt mit ihr und versteht erstens relativ schnell, dass ihr Unrecht getan wurde und er eigentlich nicht dazu beitragen will, dass das fortgeführt wird. Und dass das eine ziemlich starke Frau ist, die aber irgendwie auch seine Hilfe braucht. Und außerdem mag er sie so langsam. Es gab wieder fantastische Themen. Es ging zum Beispiel darum, wie man in hierarchischen Beziehungen, also zum Beispiel Herzog und Gouvernante, überhaupt einwilligen kann, dass man miteinander intim wird und dass nicht immer die Möglichkeit besteht, dass man ein offenes Nein sagt. Also Nein heißt Nein. Ja, aber es gibt auch Situationen, in denen man das Nein gar nicht äußern kann. Und der Hugo Marshall, der tut so kühl und ist eigentlich so ein Sweetheart und ist total fokussiert auf seinen Lebensplan. Und die Serena passt da überhaupt nicht rein und damit muss er überhaupt erstmal klarkommen. Und Serena war auch eine tolle Figur. So dieses Starke und gleichzeitig braucht sie Hilfe und wurde dadurch aber nicht schwächer gemacht, sondern sie war einfach in einer Position, wo sie Hilfe gebraucht hat. Das war ein richtig toller Auftakt und das sorgt dafür, dass ich in dieser Reihe auch möglichst zügig dann weiterlesen will. Das nächste Buch, was unter meine Monatschallenge fällt, ist Vereist, Band 2 der Bone Secrets Reihe von Kendra Elliott. Das ist so Romantic Suspense, also Thriller mit einem großen Anteil daran, dass es auch eine Liebesgeschichte gibt. Das ist ein großes Genre, was keine richtige Genrebezeichnung im Deutschen hat. Deswegen sage ich immer Romantic Suspense. Aber man muss wissen, dass die Romance auch einen großen Erzählanteil einnimmt. Sonst ist man, glaube ich, ziemlich enttäuscht, weil das schon halt manchmal echt schmalzig ist. Aber für mich war die Mischung gerade richtig. Ich hatte Band 1, die heißen alle irgendwie verdeckt, verscharrt, vereist. Band 1 fällt mir jetzt nicht ein. Band 1 hatte ich im Dezember gelesen und habe jetzt vereist hinterher geschoben. Und zwar gibt es die Bücher bei Kindle Unlimited und das sind sogar solche, bei denen man, wenn man die über Kindle Unlimited ausleiht, sogar auch das Hörbuch dazu bekommt. Und so habe ich eben von Vereist das Hörbuch über Kindle Unlimited gehört. Ich habe 3,5 Sterne vergeben. Es war wirklich total solide und unterhaltsam und richtig atmosphärisch. Es geht um die forensische Mitarbeiterin Bryn, die bei einem Rettungsteam Mitglied ist. Und zwar ist das ein Rettungsteam, was immer auch in schwierige Terrans geschickt wird. Unter anderem jetzt auch, wenn ein Flugzeug abgestürzt ist. Und in diesem Flugzeug befindet sich ein Serienmörder, der von einem Ort zum anderen transportiert werden sollte. Und zu dem Rettungsteam stößt dann auch noch Alex Kinton hinzu, der US Marshal ist, aber auch noch ein eigenes Interesse an dieser Absturzstelle hat. Die Schneewanderung zum Flugzeugwrack war super atmosphärisch. Und auch, dass das Ankommen an der Absturzstelle dann nicht einfach das Ende der Gefahr ist. Das war super eindrücklich. Und das wurde auch unterstützt dadurch, dass einige Kapitel aus der Sicht dieses Serienmörders geschrieben, erzählt wurden. Und der war wirklich richtig creepy. Ich hatte zum Beispiel auch das Gefühl, dass der Romance-Anteil nicht zu aufdringlich war. Also es knistert dann so ein bisschen zwischen Bryn und Alex. Aber in Band 1 war das ein größerer Fokus, dass es auch romantisch zur Sache geht. Und die Gruppendynamik allgemein in diesem Rettungsteam war auch total unterhaltsam. Und wer ist sozusagen der Anführer? Und was passiert, wenn in so einer Gruppe so ein bisschen Spannung herrscht? Ja, es hat mich total gut unterhalten. 3,5 Sterne, das ist so eine Krimi-Thriller-Reihe, die man gut so weghören kann. So war es mir nämlich auch schon bei Band 1 gegangen. Und es war jetzt ein Schnee-Szenario. Irgendwie war mir danach. Und das nächste Spiel dann nicht im Schnee. Und deswegen glaube ich, dass ich in dieser Reihe dann auch im Sommer weiterhören werde. Dann hatte ich euch mal in meinen letzten Neuzugängen gezeigt, dass ich mir ein Buch von dem Autorinnen-Duo Piper Rain besorgt hatte. Und zwar Flirting with Fire von Piper Rain sind schon unzählige Bücher ins Deutsch übersetzt worden. Und irgendwie haben die mich nie angelacht. Aber jetzt wollte ich doch gerne mal meine Nase da so reinstecken, ob das vielleicht doch was für mich ist. Und damit ich beurteilen kann, warum die so heftig übersetzt werden. Das ist jetzt die Geschichte zwischen Maddie und Morrow. Morrow ist Feuerwehrmann. Und die beiden sind zusammen zur Schule gegangen und hatten auch eine Begegnung während ihrer Schulzeit. Und nur Maddie kann sich an die erinnern. Und im Erwachsenenalter treffen die beiden dann wieder aufeinander. Und Morrow hat sofort Interesse an Maddie. Die hat natürlich aber im Hinterkopf, dass da eigentlich schon mal was vorgefallen ist und wehrt ihn ganz schön ab. Es kommt dann allerdings dazu, dass die beiden Partner werden bei der Sanierung eines ziemlich heruntergekommenen Hauses. Thematisch geht es viel um Maddies Selbstwahrnehmung und Selbstbewusstsein. Sie hat sich seit ihrer Schulzeit sehr verändert äußerlich und kommt aber mit ihrem Selbstbewusstsein noch nicht so ganz hinterher. Das war vor allen Dingen so in der ersten Hälfte ein Fokus und gleichzeitig war auch ein Fokus, dass der Morrow wirklich super sweet ist und extremes Interesse zeigt und das irgendwie gut macht. Also er ist nicht aufdringlich, aber er zeigt schon vehementes Interesse. Das hat mich vor allen Dingen in der ersten Hälfte gut unterhalten. Ich habe drei Sterne insgesamt vergeben, denn das Ende hat dann ein bisschen geschwächelt und zwar gab es ein paar lose Enden, die ich irgendwie blöd aufgelöst fand. Es wurde dann ein bisschen überdramatisch, auch das hat mir nicht so gut gefallen und das letzte Drittel hatte auch ein bisschen Längen. Also irgendwie zog es sich dann doch ein bisschen. Drei Sterne sind bei mir ja immer, dass positive und negative Aspekte sich ausgleichen. Das war jetzt hier der Fall. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt, hatte aber ein paar Kritikpunkte. Dann habe ich Band 2 und 3 der Robert-Hunter-Reihe von Chris Carter gelesen und zwar Der Vollstrecker und Der Knochenbrecher. Und beim Knochenbrecher verstehe ich übrigens den Titel nicht. Dazu sage ich aber gleich dann noch was. Vielleicht habt ihr da eine Idee, wie man den Titel interpretieren kann. Also, erst habe ich den Vollstrecker gehört als englisches Hörbuch aufs Script und da geht es um eine Mordserie, in der die Opfer auf sehr ungewöhnliche Weise gefoltert werden. Das wirkt so ein bisschen, als wären es Ritualmorde und es ist trotzdem nicht sofort klar, wie die Opfer überhaupt zueinander gehören. Und Robert Hunter und sein Kollege Garcia müssen dann ermitteln, wie da der Zusammenhang besteht. Und nachdem ich bei Der Kruzifix-Killer, also Band 1, im Nachhinein immer noch unsicher bin, ob ich das Buch nicht vor Jahren vielleicht schon mal gelesen habe, ging es mir bei Der Vollstrecker auch so. Das ist mir, ja, teilweise so bekannt vorgekommen und dann wieder, ja, aber ich müsste mich doch erinnern, wenn ich dieses Buch gelesen habe. Ich kann es bis zum Schluss nicht sagen, bei Band 3 bin ich mir jetzt sicher, dass ich das Buch noch nie gelesen habe. Also, beim Vollstrecker, wen ich super als Ergänzung zum Team fand, ist der neue Käpt'n, nämlich Barbara Blake. Das ist irgendwie so eine toughe Frau, die da in der Polizeibehörde irgendwie für frischen Wind gesorgt hat, nachdem der Käpt'n A aus Der Kruzifix-Killer in den Ruhestand geht. Die finde ich eine super Ergänzung und das hat sich auch in Band 3 dann fortgesetzt. Ich habe für Der Vollstrecker 3,5 Sterne vergeben. Es gab so ein leicht übernatürliches Element, was ich nicht gebraucht hätte. Und ansonsten war es einfach ein klassischer Ermittlungs-Thriller mit Zeugenbefragung und Spuren verfolgen. Und der Robert Hunter hat irgendwie doch ein Gespür, immer wieder auch Spuren zu verfolgen, die sich erst unlogisch anfühlen oder so. Also, ich habe mich total gut unterhalten gefühlt. Es sind auf jeden Fall rasante Bücher. Und dann bei Der Knochenbrecher, das habe ich auch als englisches Hörbuch gehört. Und das heißt auf Englisch The Night Stalker. Und das passt viel besser, denn da geht es um einen Mörder, der sehr, sehr bestialisch mit seinen weiblichen Opfern umgeht und sich vor allen Dingen in der Nacht bewegt. Und Der Knochenbrecher passt irgendwie nicht so richtig zu dem Buch. Aber ich habe vier Sterne vergeben und das ist jetzt dann bisher aus der Reihe mein liebster Band, Band 3. Und das hat vor allem damit zu tun, dass in Band 3 so billige Schockeffekte dazu kamen. Und ich hatte wirklich mehrfach, ich habe es als Hörbuch gehört, so beim Aufräumen oder beim Putzen oder beim Kochen. Und ich hatte wirklich mehrfach in dem Buch so das Gefühl so, dass ich mich wirklich richtig gegruselt habe. und das war gewollt. Also es gab immer mal wieder so Momente, keine Ahnung, so, dann steht jemand hinter der Person und beim Umdrehen kommt der Schock oder so. Und irgendwie hat mich das total gut unterhalten, diese gewollten Schockmomente. Ja, und meine Erfahrung mit Band 3, dass das jetzt so langsam eine Dynamik kriegt, bei der ich merke, ah, das ist auch was für mich, sorgt dafür, dass ich sehr, sehr gerne in der Reihe weiterhören oder lesen werde. Und ich finde auch, dass dazu beiträgt, dass man über den Robert Hunter so nach und nach einfach mehr erfährt. Seine Kindheit, aber auch, wie er überhaupt zu seinem Job gekommen ist und so weiter. Und das wird so portionsweise in jedem Buch ein bisschen erweitert und das gefiel mir eigentlich ganz gut. Und ich hoffe, dass in Band 4 dann auch diese Schockmomente ein bisschen weiter fortgeführt werden. Kaum zu glauben, aber wahr. Und ich bin so super stolz auf mich, obwohl ich das eigentlich nicht sein dürfte. Ich habe für immer die Deine von Jana Fosen gelesen. Das ist ein Rezensionsexemplar, über das ich mich schon oft geschämt habe und euch oft davon berichtet habe. Ich habe das im vergangenen Herbst zugestellt bekommen und hatte total Lust darauf, vor allem, weil ich bei einer beeindruckenden Lesung der Autorin war und habe es dann immer vor mir hergeschoben. Und jetzt habe ich es erledigt und ich kann es gut empfehlen. Es hat 3,5 Sterne von mir bekommen. Das ist so ein typischer Roman, der in zwei Zeitebenen erzählt wird. Einmal dreht sich die Geschichte um Clara und Fritz Hansen, die im alten Land in der Nähe von New York geboren werden und aufwachsen und Freunde sind und sich dann so langsam ineinander verlieben und zusammenkommen. Und das spielt alles während und auch vor dem Zweiten Weltkrieg. Und die zweite Zeitebene ist heute und dreht sich um die Journalistin Marie, die von dieser unglaublich lange anhaltenden Ehe vom alten Ehepaar Hansen erfährt und die beiden interviewen will und dabei bemerkt, dass es Parallelen zwischen deren Geschichte und ihrer eigenen gibt, denn sie fühlt sich in ihrem eigenen Leben gerade nicht besonders wohl. Ich hatte das Gefühl, dass Maries Geschichte ein bisschen oberflächlich geblieben ist und das hatte auch damit zu tun und gleichzeitig war das dann ein Vorteil, dass das nicht so viel Raum eingenommen hat. Der Fokus war definitiv auf der Geschichte von Clara und Fritz, ihrer Vergangenheit und vor allen Dingen ihrer Zeit, ihrer auch unterschiedlichen Erfahrungen während des Zweiten Weltkriegs. und Marie war immer nur mal anwesend und hat sich diese Geschichte erzählen lassen und so wie sie das auf ihr eigenes Leben bezogen hat, das blieb ein bisschen farblos und auch die Auflösung ihrer eigenen Lebenssituation kam mir am Ende dann ein bisschen schnell daher. Aber im Grunde war das dann ja gut, dass das nicht so einen großen Raum eingenommen hat. Der Fokus war auf Clara und Fritz und das war ein absolutes Highlight, weil die beiden einfach fehlbare, lebensnahe Menschen waren, gleichzeitig auch deutlich humorvoller, als man das so in so einem, ja, historischen Roman vielleicht erwarten würde. Vor allen Dingen die Clara ist nicht auf den Mund gefallen. Deren Beziehung zueinander ist einfach von Anfang an sehr gefühlvoll und ich fand es aber wichtig, im Kopf zu behalten, dass das in meinen Augen kein Liebesroman war. Denn beide machen auch Fehler, eine Person mehr als die andere und das sind Fehler, die ich in einem Liebesroman an sich erstmal nicht verzeihen würde, weil das sozusagen mein Anspruch ist, ich will absolute Romance, ich will Romantik, ich will, dass ich mich für die freue, dass die zusammenkommen und zusammenbleiben und so weiter. Das war übrigens mein Problem mit Lieblingsmomente, nur so am Rande. Und das ist hier schwieriger, aber ich glaube, ich hatte das Gefühl, ich habe das eher wie ein Roman gelesen, bei dem Menschen für mich und Figuren dann sich auch fehlbarer verhalten dürfen. Ich habe das jedenfalls mit zweierlei Maß gemessen. Ich weiß nicht, ob das so angemessen ist. Angemessen, ja. Aber ich habe den beiden zum Beispiel nicht zum Vorwurf machen können, dass auch Fehler passieren, sondern fand das eher spannend. Insgesamt ist der historische Kontext auch ein bisschen farblos geblieben. Ich hatte das Gefühl, dass die Geschichte eigentlich auch zu einer anderen Zeit hätte spielen können. Das Kriegsgeschehen wird so ein bisschen erwähnt, aber irgendwie, ja, blieb das ein bisschen farblos. Ich fand es aber nicht schlimm. Es ist kein super langes Buch. Der Fokus war auf jeden Fall eher auf der Beziehung zwischen Clara und Fritz und was da so für Probleme auftauchen. Und deswegen hat mich das sehr gut unterhalten. Ich habe jetzt 3,5 Sterne vergeben und bin total froh, dass ich das jetzt abhaken kann. Unser Clubbuch für All You Can Read war Tödliches Klassentreffen von Adriana Jakob, also Adriana Popescu. Das ist der erste Band ihrer Krimi-Reihe, die in Stuttgart spielt, um den Kommissar Benedikt Rauch. Und ich habe das über Kindle Unlimited gelesen, während die anderen das als physische Rezensionsexemplare zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ihr könnt es also auch über Kindle Unlimited lesen. Und es geht im Grunde um eine Leiche, die in einer Turnhalle gefunden wird, nachdem am Abend vorher in der Schule ein Klassentreffen war. Und Benedikt Rauch muss dazu ermitteln und das ist gar nicht so einfach für ihn, denn das war auch sein eigenes Klassentreffen. Ich habe jetzt mal drei Sterne vergeben. Es gab Positives und Negatives. Ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich fand es nicht langweilig. Ich fand es jetzt aber auch nicht wahnsinnig erinnernswert. Ich finde, dass die Liebe zu Stuttgart total gut rüberkommt, vor allem kulinarisch. Also was da immer so im Kommissariat verspeist wird und wo das herkommt. Also wenn ich mal in Stuttgart bin, ich weiß sofort, wo ich überall essen gehen muss. Und auch die Zusammenarbeit von Benedikt Rauch, der übrigens eine tolle Hauptfigur ist, mit seiner Kollegin Dr. Sophie Hagen, die Psychologin ist, das hat mich gut unterhalten. Es war an manchen Stellen ein bisschen vorhersehbar, in welche Richtung so der Fall geht. Und ich habe mich leider sehr über die doch vielen Schreibfehler geärgert. Das Buch ist zwar self-published, aber bei Books on Demand und da ist normalerweise schon ein Lektorat enthalten. Deswegen hat mich doch gewundert, dass da so viele Fehler Fehler, nicht nur einfach Formatierung oder so, sondern Wortfehler und Satzzeichenfehler und so durchgerutscht sind. Und ich hätte mir ehrlich gesagt gewünscht, dass das Thema der Befangenheit dadurch, dass das seine eigene Klassenstufe war, eine größere Rolle gespielt hat. Beziehungsweise der Rauch ist sich schon bewusst, dass das ganz schön schwierig ist, dass nicht nur das Opfer zu einem ehemaligen Klassenkamerad ist, sondern auch potenziell alle verdächtigen. Aber es hat dann doch irgendwie keine so große Rolle eingenommen und ich glaube, ich hätte mir das als Fokus ein bisschen mehr gewünscht. Drei Sterne, es war nicht sehr brutal, es war eher so ein bisschen ein harmloser Krimi, den man gut weglesen kann und bei dem man eben vor allem die Liebe zu Stuttgart gemerkt hat. Ein weiteres Buch, was unter die Monatschallenge fällt, ist The Woman Who Rides Like a Man von Tamara Pierce. Das ist Band 3 vom Alana von Tribond Quartett. Die zerbrochene Stadt? Das zerbrochene Schwert, natürlich. Kommt ja auch da drin vor. Für mich war das ein Reread. Ich habe das in meiner frühen Jugend gelesen, dieses Quartett und fand es super. Das ist, die ersten beiden sind eher so Kinder-Jugend-Fantasy und Band 2 und 3 sind dann schon eher so in den späteren Jugend und späteren Jugendbereich würde ich das mal nennen und was man wissen muss, was mir jetzt beim Rereaden auch immer wieder ins Bewusstsein springt, ist, dass diese Bücher aus der Alana-Reihe sehr ungewöhnlich erzählt sind für das, was wir heute im Fantasy-Bereich gewöhnt sind. Also es sind sehr kurze Bücher und es ist wirklich eher so schlaglichtartig erzählt, überhaupt nicht episch und in Breite und die Szenen zwischen den Szenen werden einfach nicht miterzählt, sondern nur die wichtigen Szenen und man kriegt schon ein Gefühl für die Figuren, aber man hat schon auch das Gefühl, dass zwischendurch immer mal was fehlt. Es geht in diesem Quartett um Alana, die als Kind entscheidet, dass sie nicht Zauberin werden will, sondern viel lieber Ritterin und sich als Junge verkleidet und den Platz mit ihrem Zwillingsbruder Tom tauscht. Der will nämlich Zauberer werden und nicht Ritter und so geht sie an den Hof, um sich als Ritter ausbilden zu lassen und er nimmt ihren Platz ein, um die Zauberlehre anzutreten und in den ersten beiden Büchern geht es um Alanas Ausbildung und jetzt ist sie fertig geschlagene Ritterin, sagt man das so, und muss jetzt ihren ersten Auftrag erledigen und das war für mich auch die Schwierigkeit mit dem Buch. Also ich habe drei Sterne vergeben, während Band 1 und 2 auch im Reread mindestens viereinhalb Sterne gekriegt haben, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Es hatte vor allem allem damit zu tun, dass jetzt ein komplettes Set an neuen Figuren aufgetaucht ist. Alana zieht in die Welt hinaus und trifft auf neue Menschen und ich hatte deutlich mehr Interesse daran, wie das mit den Figuren ist, die ich aus Band 1 und 2 schon kenne. Und der Fokus ist hier auch, dass Alana nun zwischen zwei Männern steht und das hat mich auch nicht wirklich interessiert, vor allen Dingen, weil ich eine ganz eindeutige Präferenz dafür habe, wie sie sich entscheiden soll. Grundsätzlich sind das trotzdem total spannende thematische Umsetzungen. Es geht viel darum, was dürfen Frauen, was sind vorgeschriebene Rollen von Frauen und was passiert mit Frauen, die diese Rollenerwartungen ein bisschen anfechten. Finde ich immer noch super, ich freue mich total auf Band 4, was dann der Reread und der Abschluss meines Rereads der Reihe sein wird und das ist schon was sehr besonderes und mit viel Nostalgie für mich verbunden. Im April hatte ich die Betrogene von Charlotte Link gehört als Hörbuch und da geht es um die Scotland Yard Ermittlerin Kate Linville, deren Vater ermordet wird und bei den Ermittlungsarbeiten trifft sie auf den Police Chief Inspektor ich weiß seine Amtsbezeichnung immer nicht Caleb Hale und die beiden haben dann auch noch ein weiteres Buch gefüllt nämlich die Suche und das habe ich jetzt dann im Mai gelesen in die Suche geht es um verschwundene Mädchen die auch zeitlich voneinander entfernt verschwinden also zwischen den verschwinden liegt einiges an Zeit und es ist nicht so ganz klar ob die Fälle überhaupt zusammen gehören und Kate Linville ist gar nicht zuständig für den Fall gerät aber so ein bisschen zufällig da rein ich habe leider nur zwei Sterne vergeben es war deutlich schwächer als die betrogene also Band 1 von dieser Reihe man kann die auch getrennt voneinander lesen ich hatte vor ein das Gefühl dass das was ich als Spannung und Dringlichkeit in die Betrogene so faszinierend fand in die Suche nicht wirklich wieder aufgetaucht ist also ich hatte eigentlich bis zum letzten Drittel das Gefühl es läuft so vor sich hin es läuft nicht auf irgendeine Eskalation hinzu und ich glaube das hätte ich gebraucht und die Caitlin hat mich in den Wahnsinn getrieben also und nicht nur sie auch andere Figuren waren so wahnsinnig negativ ohne wirklich einen Grund zu haben und es war richtig frustrierend von diesen Figuren zu lesen es gab ein paar wenige Kapitel die aus der Sicht des Täters geschrieben wurden und die haben mir richtig schaudern gemacht also da kribbelte es richtig so eiskalt den Rücken hoch und runter das waren dann immer mal so Lichtblicke aber ansonsten hat mir die Geschichte nicht besonders gut gefallen die Auflösung war ein bisschen unerwartet also das habe ich nicht kommen sehen aber der Weg dahin war halt irgendwie nicht so meins zwei Sterne wert mein Hörgenuss des Monats war die englische Hörbuch Variante von kleine große Schritte von Jodie Picou Small Great Things ich verdrehe immer den Titel hier geht es um die afroamerikanische Hebamme und Kinder Krankenschwester Ruth in der ich mich natürlich mindestens namentlich wieder gefunden habe und sie wird als Sündenbock genommen nachdem während ihrer Arbeitszeit ein Säugling verstirbt das Problem in dieser Lage ist auch noch dass das der Säugling von einem Ehepaar ist die ganz eindeutig Rassisten sind ich habe im Hörgenuss schon erzählt dass das einfach ein sehr anspruchsvolles Buch ist emotional vor allem es wird aus drei Perspektiven erzählt nicht nur Ruth kommt zu Wort sondern auch der Vater des verstorbenen Säuglings der Rassist ist der eigentlich Neonazi ist Turk und Ruths Anwältin Kennedy und gerade diese Perspektivwechsel haben schon dafür gesorgt dass man vor allen Dingen auch beim Lesen sehr Gesprächbedarf hat ich war total froh dass ich das in der Leserunde gelesen habe es geht viel um strukturelle Benachteiligungen von Minderheiten also das erlebt man ganz deutlich daran wie Ruth auf ihren Prozess warten muss und was das alles auch so für bürokratische Hürden mit sich bringt und es war zum Beispiel auch total schwierig aus Turks Perspektive zu lesen der so furchtbar eindrücklich trauert und Schmerz in sich trägt also das war total gut nachfühlbar und dann der Punkt an dem er aber diese Trauer und diesen Schmerz begründet und darin seinen Hass begründet auf Menschen die anders sind als er das war kaum auszuhalten und was eigentlich ganz gut war ich hatte mir vorgestellt dass der Fokus im Buch deutlich mehr auf dem Prozess ist und der spielt eigentlich erst im letzten Drittel eine größere Rolle und alles davor ist eigentlich eher wie es dazu kommt dass der Säugling verstirbt und wie Ruth auf den Prozess warten muss und sie sich auch darauf vorbereitet also wenn ihr nicht Lust auf eine Prozess Geschichte habt und auch so dachtet wie ich dass kleine große Schritte eher so im Gericht saal spielt dann kann ich euch hiermit beruhigen ich hatte euch im Hörgenuss gefragt ob euch meine Meinung zum Ende interessiert und das geht natürlich nicht ohne Spoiler ich blende euch jetzt ein wohin ihr weiter klicken müsst um zum nächsten Buch zu kommen als Zeitangabe und jetzt würde ich Spoiler ich hatte das Gefühl dass es mir ein bisschen zu sauber aufgelöst wurde gleichzeitig habe ich das total gebraucht also für mich war beim lesen die ganze Zeit eindeutigst klar dass Ruth unschuldig ist und dass sie gleichzeitig sogar richtig gehandelt hat und deswegen war es irgendwie ein total befriedigendes und beruhigendes Ende dass der Prozess eigentlich als ungültig erklärt wird und sie freikommt denn das war das was ich mir erhofft hatte aber irgendwie vor allen Dingen auch das was dann noch als Epilog aus Turks Perspektive erzählt wird das wurde mir irgendwie zu sauber so mit einer Schleife drum und er ist dann auch noch der geläuterte der ja irgendwie seine Gedanken hinterfragt und irgendwie eine 180 Grad Wendung macht ich hatte mir das gewünscht aber es kam mir ein bisschen zu plötzlich und ich hätte mir glaube ich gewünscht vor allen Dingen was Turk angeht dass diese Entwicklung dass er ins Zweifeln über sein Gedankengut kommt schon ein bisschen früher eingesetzt hätte vielleicht so in der zweiten Hälfte denn dass er Kapazität dafür hat zu merken dass das falsch ist wie er fühlt und denkt das hatte ich schon aber ich glaube es hätte ein bisschen mehr sein müssen und grundsätzlich fand ich irgendwie den Richter der dann den Prozess für ungültig erklärt beziehungsweise naja er gibt einem Antrag statt der vorher gestellt wurde und der so unter den Tisch gefallen ist den fand ich richtig heldenhaft denn eigentlich hat er ja eine Vorgeschichte mit Ruth Anwältin Kennedy und Kennedy ist ziemlich beunruhigt dass er der Richter ist der zuständig ist und irgendwie ist er dann der gegen das System geht und sagt ich hab das alles nochmal überdacht ich hab alle Beweise mir angeguckt und ich gebe dem Antrag von vor ein paar Tagen statt stand statt das kam total unerwartet und ich hab ihn richtig gefeiert das war toll aber wie gesagt es war ein bisschen kitschig aufgelöst und irgendwie hab ich dann auch nicht verstanden vielleicht können wir uns in den Kommentaren dazu unterhalten aber seid vorsichtig dass ihr die anderen nicht spoilert werden wollen die Ruth eröffnet dann ja so eine Art Klinik oder Praxis und ich gehe mal davon aus dass sie im zivilrechtlichen Prozess gegen ihre eigene Klinik gewonnen hat und daher das Geld hat aber wen hat sie geheiratet ich hatte nicht das Gefühl dass das nötig war so also ich glaube der ganze Epilog war für mich ein Ticken drüber ich habe jetzt vier Sterne für kleine große Schritte von Jodi Piku vergeben es ist ein Buch was zum Nachdenken anregt was einen mit sich selber konfrontiert was zum Schluss aber irgendwie es wert ist sich damit zu befassen Anka vom Kanal Ankas Geblubber hat mir gar kein Plan ist auch eine Lösung von Kira Groh geschenkt und das habe ich im Mai sofort erledigen können habe mich total gefreut weil das das erste Buch der Autorin war was ich gelesen habe es geht hier um Mara deren Job es ist die Assistentin einer Lifestyle Influencerin zu sein und sie findet den Job okay solide aber nicht herausragend und genau diese Beschreibung okay solide nicht herausragend beschreiben auch ihre Beziehung zu ihrem Verlobten Sebastian trotzdem ist sie dann ziemlich entgeistert als der die Verlobung löst und sich von ihr trennt und das sorgt dann dafür dass Mara ihren ziemlich ausgeklügelten Lebensplan erstmal überdenken muss und da passt auch nicht besonders gut rein dass sie den jungen Marius kennenlernt der einige Jahre jünger ist als sie und der irgendwie so ein Lebemann ist und auch nicht in ihr Lebensbild passt der Fokus ist eher darauf dass Mara merkt dass sie festgefahren ist und dass sie eigentlich auch träumen darf und dass aber aber irgendwie dann auch lebensnah dass die beiden sich doch wieder näher kommen und auch schön den Marius fand ich grundsätzlich ziemlich sweet aber irgendwie ist deren Annäherung dadurch dass es eben nicht der Fokus war ein bisschen oberflächlich geblieben und ich glaube ich hätte mir bei den beiden zusammen als Paar ein bisschen mehr Tiefe gewünscht Mara hatte nämlich schon sehr feste Ansichten wie der Marius ist nämlich dass das so ein Lebemann ist und der ist doch viel jünger als sie und kommt deswegen gar nicht in Frage und so weiter und das wirkte auf den ersten Blick auch so aber es wurde dann später nicht so richtig thematisiert dass das eigentlich nicht der Fall ist und dass die beiden vielleicht doch ganz gut zusammen passen das wurde eher so mitlaufend erzählt und ich glaube ich hätte mir ein bisschen mehr explizite Auseinandersetzung gewünscht leider leider fand ich dass es einige Antagonisten hier in dem Buch gab zum Beispiel den ex-verlobten Sebastian aber noch so ein paar andere Figuren die eigentlich so wie Bösewichte sein sollten und die waren leider sehr klischeehaft und haben irgendwie nicht besonders viel Tiefe bekommen sondern waren einfach nur hassbar und das war ein bisschen schwer zu ertragen ich glaube die hätten auch ein bisschen mehr Tiefe vertragen und was ich leider bemängeln muss ist dass in diesem Buch in der Print Version unfassbar viele Anführungszeichen und Apostrophe Fehler waren und das ist ein normal verlegtes Buch nicht self published oder so und bei Anführungszeichen bin ich ein bisschen picky und vielleicht auch ein bisschen pingelig aber es waren so 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 viele Fehler davon dass ich da gar nicht weggucken konnte und das muss ich schon als Kritik äußern ich habe mit dem Fokus auf Mara mich gut unterhalten gefühlt und deswegen abschließend 3,5 Sterne für gar kein Plan ist auch eine Lösung von Kira Groh vergeben Strange the Dreamer von Laini Taylor ist in der deutschen Übersetzung ja in zwei Bücher aufgeteilt worden Band 1 war mal ein Hörgenuss vor einigen Monaten bei mir und jetzt habe ich Band 2 endlich auch weitergelesen beziehungsweise ich bin dann aufs englische E-Book umgestiegen in der deutschen Übersetzung ist es ein Traum von Liebe also praktisch Band 1 B es geht um den Bibliothekar Laszlo Strange der Experte für eine verschollene Stadt geworden ist in dem er sehr sehr viel heimliche Forschung betrieben hat und er darf dann bei einer Exkursion teilnehmen die dorthin geht um zu klären ob die Stadt vielleicht gerettet werden kann ich finde vor allem dass es eine sehr ungewöhnliche Fantasy Geschichte ist es gibt im englischen zwei Bücher auf deutsch sind es dann vier denn beide Bücher sind jeweils aufgeteilt ich habe schon oft genug darüber geschimpft Band 1 A und B sind schon erschienen und Band 2 A und B erscheinen jetzt im Juni und dann im August so wie die Geschichte erzählt wird und was sie thematisch beinhaltet und wie die Welt aufgebaut ist das ist sehr ungewöhnlich und einzigartig ich habe vergleichbar erstmal nichts gelesen es geht viel auch um die Macht von Träumen und das spiegelt sich auch in der Sprache die wirklich wunderschön ist und tatsächlich teilweise so ein bisschen surreal träumerisch ich hatte dann auch das Gefühl dass das was ich so als Zweideutigkeit im ersten Teil der Geschichte gelobt habe nämlich dass man nicht so ganz weiß auf welcher Seite man überhaupt stehen soll die Zweideutigkeit hat dann in der zweiten Hälfte der Geschichte ein bisschen abgenommen das fand ich schade aber das Ende macht große Lust auf den Rest der Geschichte und Muse of Nightmares Band 2 A erscheint dann im Juni und das werde ich lesen achso ich habe vier Sterne vergeben und dann habe ich noch super super knapp jetzt am Sonntag dem letzten Tag des Mai noch ein Hörbuch gehört und zwar Landon and Shea Part 1 von Britney C. Sherry das ist der erste Teil einer Dialogie die glaube ich jetzt dann auch im Herbst auf Deutsch erscheint wie die Stille vor dem Fall ist der deutsche Titel am 27. November kommt das raus und das ist auch in zwei Bücher aufgeteilt im englischen und im deutschen auch und es geht um die titelgebenden Figuren Landon und Shea und ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl also das ist ein Kindle Unlimited Buch und wenn man Kindle Unlimited hat und sich ein Buch ausleiht bei manchen Büchern wird einem dann das Angebot gemacht dass man das Hörbuch für 2,95 über Audible kauft und das ist ja weniger als ein halbes Guthaben und so hatte ich das auch gemacht und habe beim Balkon aufräumen und schön herrichten dieses Hörbuch gehört am letzten Tag des Mais und bin da so durchgeflogen das was Britney C. Sherry wunderbar kann trifft auch hier wieder zu es ist hoch emotional mit auch wirklich schwierigen Themen also es geht um Landon und Shay deren Geschichte in Buch 1 so ein bisschen so eine Highschool Feindschaft erzählt ich hatte vor allen Dingen eine sehr innige emotionale Bindung zu Landon der es einfach sehr schwer hat und ich würde hier mal explizite Triggerwarnungen aussprechen es geht um Angst und Depression und Drogenkonsum und Selbstverletzung also in die Richtung geht es und es sind einfach heftige Themen und deswegen kommt man ihm aber auch so nah und entwickelt auch Mitgefühl mit ihm und seine einzige Freude ist eigentlich dass er sich mit Shay in der Schule eigentlich immer so ein bisschen kebbelt ich habe 3,5 Sterne jetzt für Part 1 vergeben also den ersten Teil dieser Dialogie und zwar konnte ich nicht mehr vergeben weil ich auf der einen Seite das Gefühl hatte es war eigentlich ein sehr sehr langer Prolog für Band 2 also in Band 2 geht es dann um die Erwachsenen beiden Landon und Shay und das wird dann so eine Art zweite Chance für die Liebe sein und ich hatte das Gefühl dass das jetzt also Buch 1 war eigentlich eher wie so ein langer Prolog und er hat mich sehr an andere Geschichten von Britney von Britney erinnert also das scheint ein Strickmuster zu sein was sie sehr gerne erzählt dass es in der Jugend eine Liebe gibt auch eine unschuldige sweete Liebe die dann irgendwann zerbricht egal ob nun von außen Gründe dafür sind oder das von innen heraus passiert und die beiden treffen sich dann viele Jahre später wieder und das war hier jetzt auch wieder das Strickmuster und ich glaube ich hätte mir mal wieder ein anderes Strickmuster von ihr gewünscht ich werde trotzdem Band 2 dann auch hören weil mich die erwachsene Geschichte von den beiden noch ein bisschen mehr interessiert als diese Highschool Liebe und kann euch das gut empfehlen ihr könnt euch auf den November dann freuen und ich glaube dass Band 1 und 2 auf Deutsch sogar am gleichen Tag erscheinen werden so und jetzt habe ich noch 8 Bücher gelesen die es bisher nur auf Englisch gibt und deren Übersetzung auch noch überhaupt gar nicht angekündigt wurde wenn euch die englischen Bücher nicht interessieren dann habe ich mich total gefreut dass ihr bis hierhin zugeschaut habt und für alle anderen erzähle ich jetzt gerne im Detail noch ein bisschen über die englischen Bücher vielleicht interessiert euch das ja aber auch trotzdem ich schwärme gerne über die Bücher so ein paar sind aber auch zum Schimpfen super gut unterhalten gefühlt habe ich mich mit Aurora Burning und das ist Band 2 des Aurora Cycles von Amy Kaufman und Jake Christoph das ist eine Science Fiction Weltraum Trilogie die beiden haben ja auch schon zusammen die Illuminae Akten verfasst ich habe vier Sterne vergeben und es ist so Popcorn Kino in Buchform es ist total rasant und es ist zum Kichern und es gibt so ein bisschen so Romance bei der man mitfiebern kann ich habe mich einfach wirklich sehr gut unterhalten gefühlt das Buch hat ein bisschen eine schwache Mitte aber im Grunde war das eine Fortführung von Sachen die ich in Band 1 auch schon super fand es geht um eine Truppe von Weltraumsoldaten die ziemlich zufällig zusammengewürfelt wurden und sehr unterschiedlich sind und auch eigentlich alle irgendwie so ein bisschen die Underdogs und es geht um Alienrassen die sich bekämpfen und es ist so es ist so ein Blockbuster ich habe mich beim Lesen deutlich jünger gefühlt als ich bin und hatte aber das Gefühl es ist trotzdem nicht oberflächlich es ist vielleicht ein bisschen kitschig aber es ist halt einfach total unterhaltsam und das was ich eben an dem an den Büchern von den beiden toll finde ist dass die Figuren sehr unterschiedlich sind sowohl was ihre Sexualität angeht was auch ihr Aussehen angeht was ihre Herkunft angeht und so weiter das ist irgendwie Teil der Geschichte und das wird nicht immer thematisiert aber an manchen Stellen wo es wichtig wird wird das zum Thema und das hat mich einfach total gefreut dass das nicht so ein Einheitsbrei an Figuren ist und es endet auf einem bösen Cliffhanger und Band 3 also der Abschluss der Trilogie kommt wahrscheinlich dann erst im nächsten Frühjahr bis dahin muss ich jetzt warten fies dann habe ich zwei Bücher von Penny Reed gelesen und zwar Kissing Tolstoy und Kissing Galileo Kissing Tolstoy hat mir besser gefallen aber beide fand ich richtig gut für Kissing Tolstoy habe ich sogar fünf Sterne vergeben ich habe das auf Script gelesen und zwar war das völlig wunderbar es geht nämlich um ein zufälliges Treffen zwischen dem Professor für russische Literatur Luca und der Studentin Anna und die treffen sich und haben irgendwie so schon irgendwie ein knisterndes Treffen und das geht dann auseinander beide kennen sich aber nicht und ein paar Monate später belegt sie ein Seminar bei ihm ohne zu wissen dass er derjenige ist den sie schon von früher kennt und dabei kommt raus dass es immer noch ziemlich knistert thematisch war das einfach wunderbar also die beiden Nerden so richtig rum über russische Literatur also es gab richtig auch College Inhalt es war nicht einfach nur so New Adult und das einzige was als College Setting ist ist das dass man irgendwie im Wohnheim wohnt so war das gar nicht die beiden haben wirklich eine große Leidenschaft für russische Literatur und das ist so deren Schlagabtauschmodus das hat mich total gut unterhalten und der Ausgangspunkt für die Liebesgeschichte zwischen Luca und Anna ist natürlich erstmal ein bisschen creepy er ist ihr Professor sie ist Studentin es gibt erstmal ein Ungleichgewicht zwischen den beiden das mag ich ja normalerweise überhaupt nicht aber es wird explizit behandelt die beiden setzen sich damit auseinander dass es ein Ungleichgewicht zwischen den beiden gibt es wird sogar in der Universität thematisiert wie kann sie das Seminar weiter belegen obwohl er sich befangen fühlt und so weiter also das wurde zum Thema gemacht und das war alles was ich gebraucht habe also natürlich gibt es solche un ja eigentlich unidealen Situationen wo Menschen sich kennenlernen und der Ausgangspunkt ist erstmal eher unromantisch weil es so ein Machtungleichgewicht gibt aber man kann es ja dann trotzdem lösen und in Kissing Tolstoy und dann auch in Kissing Galileo wurde das irgendwie total konstruktiv aufgelöst Kissing Tolstoy ist relativ kurz ich glaube unter 200 Seiten und es hatte genau die richtige Länge also es war schon irgendwie Slow Burning die beiden kommen sich erst so langsam näher aber es baut die Spannung dann auch umso mehr auf und gleichzeitig war es einfach insgesamt ein relativ kurzes Buch sodass an keiner Stelle irgendwie Längen aufgetaucht sind und das war ein bisschen mein Problem dann bei Kissing Galileo der Ausgangspunkt ist nämlich eigentlich der gleiche es gibt wieder eine Beziehung zwischen einem Professor in dem Fall jetzt für Forschungsmethoden und einer Studentin Victor und Emily heißen die beiden und deren Beziehung beginnt als er bei ihrem Job auftaucht und zwar ist sie Model für Unterwäsche und die Situation ist erstmal eher unangenehm und ja alles andere als das was man so aus dem Vorlesungssaal kennt und von da aus geht dann deren Liebesgeschichte los und auch hier ist es wieder so dass sich sehr sehr explizit mit dem Machtverhältnis beschäftigt wird also dass Victor sich befangen fühlt und sie nicht unfair behandeln will und ja Emily aber trotzdem das Seminar weiter belegen will und so weiter ich fand die Mitte deutlich langatmiger und das Buch war auch insgesamt länger als Kissing Tolstoy deswegen habe ich insgesamt nur vier Sterne vergeben weil es mir ein bisschen weniger gut gefallen hat als Kissing Tolstoy das was ich allerdings wirklich beeindruckend fand war und hier will ich wieder eine explizite Triggerwarnung aussprechen der Victor hat sein Leben lang mit ja mit seinem Körper zu kämpfen vor allen Dingen mit seiner Körperfülle und hat relativ viel Gewicht verloren aber sein Gefühl ist noch nicht nachgerückt also er hat ein großes Problem wie er sich wahrnimmt und wie er seinen Körper wahrnimmt und das äußert sich teilweise auch in essgestörtem Essen und in körperbildgestörtem Verhalten das fand ich schon sehr eindrücklich und irgendwie total spannend dass er derjenige war in dieser Geschichte der damit zu kämpfen hatte und dass das nicht die weibliche Figur war das kommt ja eigentlich häufiger vor wenn das allerdings Themen sind denen ihr gegenüber ein bisschen sensibel seid dann seid gewarnt das ist schon ein großer Anteil der Geschichte dann habe ich Wannabed von Talia Hibbert gelesen und das ist eine ultra heiße Liebesgeschichte zwischen den beiden Freunden Jasmine und Rahul die sich im College kennenlernen und Jasmine hat ziemlich Bindungsängste das ist auch in ihrer Kindheit begründet und deswegen kann sie sich nichts anderes vorstellen als Freundschaft mit Rahul der lässt sich dann aber irgendwann nicht mehr so richtig abschütteln beziehungsweise sie merkt dann auch dass sie eigentlich auch mehr als freundschaftliche Gefühle hat und muss sich dann auch damit befassen also wirklich ultra heiß wenn es dann zwischen den beiden zur Sache geht ist das sehr explizit und nicht 0815 so aber es war einfach trotzdem irgendwie geschmackvoll und das hat dann immer auch zur Weiterführung der Geschichte beigetragen auch hier ist es wunderbar so wie bei Aurora Burning dass beide Figuren was ihre kulturelle Identität und ihre Herkunft angeht unterschiedlich sind und das wird so in die Geschichte eingewoben zum Beispiel wird auf Hautpflege eingegangen oder auf Essen und das zeigt dann immer wieder dass die beiden andere kulturelle Identitäten haben und das war aber nicht ein großer Teil der Geschichte und das war irgendwie schön zu lesen dass das Figuren sind die nicht so sind wie ich und ich trotzdem total mit denen fühlen kann es geht dann schon so ein bisschen um verweigerte Kommunikation das mag ich ja nicht so gerne weil Jasmine sich wirklich lange nicht eingestehen will dass sie mit Rahul zusammen sein will und er lässt sich da auch nicht so in die Karten gucken dass er eigentlich schon lange Gefühle für sie hat die über Freundschaft hinaus gehen das ist so ein bisschen das was mich nicht hundertprozentig überzeugen konnte aber es geht viel um Jasmine die auch viel mit sich selber ausmachen muss auch separat von Rahul und erst dann bereit ist sich auf ihn einzulassen das war doch irgendwie schön ich habe abschließend vier Sterne vergeben eine novelle von noel adams darf in meinem lesemonat ja nicht fehlen ich habe one night with her boss gelesen das ist irgendwie eher eine kurz geschichte 70 seiten oder so und das war völlig vergessenswert ein paar andere geschichten aus dieser one night reihe haben mir ja deutlich besser gefallen dazu habe ich im lesemonat april mehr erzählt und hier geht es um ja sie ist eigentlich die sekretärin ann und jake jake ist der boss es wird nur aus ans perspektive erzählt und ja die beiden halten sich irgendwie so ein bisschen voneinander fern obwohl es knistert weil er halt ihr boss ist und es war schon sweet und es war schon auch irgendwie kribbelig und ich mag das ja dass die Geschichten nur aus ans perspektive also nur aber irgendwie war es vergessenswert völlig vergessenswert ich habe glaube ich drei sterne vergeben aber mit diesem vergessenswert prädikat würde ich sagen ist es eher 2,5 weiter geht es mit noel adams ich hatte nämlich ein reread beziehungsweise ein hörbuch nochmal gehört second best von ihr ich glaube das ist eins meiner liebsten von ihr ich habe jetzt fünf sterne vergeben obwohl es irgendwie auch schwächen hat aber es hilft mich emotional sean und ashley tun sich nämlich zusammen und haben jeden zweiten mittwoch in einem hotel eine körperliche beziehung miteinander und haben sogar einen vertrag abgeschlossen dass nichts darüber hinaus geht und so von mittwoch zu mittwoch entwickelt sich nähe und interesse und zuneigung und ich schwärme immer so von den helden also von den love interests von noel adams und bei sean ist das auch der fall der tut erst so kühl und will absolut alle auf abstand halten und ihn dann aber so von außen zu beobachten während der geschichte wie er auftaut und wie er zuneigung entwickelt ist einfach so zum anschmachten also einer 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 favoriten von noel adams ich mag noch die milford college reihe sehr gerne von ihr aber second best ist ich glaube mein favorit und ein anderes beispiel von noel adams was ich auch im mai gelesen habe das war eine neu erscheinung ist ein gutes beispiel dafür dass nicht alle ihre geschichten für mich funktionieren das ist eine neue reihe von ihr und zwar dreht sich alles um einen blumenladen und das war jetzt der auftakt the return und da geht es um ria und jacob und ich hatte das gefühl also die waren während ihrer schulzeit verliebt ineinander und das war die große liebe und direkt nach der schule ist jacob abgehauen und hat sich von ihr getrennt ohne richtig eine gute erklärung zu haben und acht jahre später taucht er dann wieder eben in der heimatstadt auf und die beiden können sich nicht so aus dem weg gehen ich fand es völlig austauschbar ich habe diese geschichte hundertmal schon gelesen also zweite chance von einer jugendliebe und er ist damals abgehauen ohne großen grund zu haben und muss dann so ein bisschen zu kreuze kriechen aber sie vergibt ihm dann auch schnell und irgendwie ja es war schon sweet es war jetzt nicht schlecht aber es war auch ziemlich austauschbar und und das ist das was ich meine mir gefallen die bücher von noel adams deutlich besser die nur aus einer erzählperspektive erzählt werden und hier hatten wir beide erzählstimmen ria 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 und jacob und irgendwie hat es nicht viel raum gelassen so zwischen den zeilen zu lesen deswegen hat mir the return als neuerscheinung von ihr nicht besonders gut gefallen die geschichten der anderen bücher die in der reihe folgen sind allerdings spannend angelegt ich werde die reihe mal weiter verfolgen aber ich glaube ich habe so zwei sterne vergeben und zum abschluss ein richtig blödes buch 1,5 sterne für take what you want war auch nur ein kurz roman von janet gray das ist eine college geschichte zwischen allen und josh und die haben frühlingsferien und haben eine woche lang irgendwie eine körperliche beziehung miteinander ohne dass allen checkt dass die beiden im gleichen studiengang sind und jacob klärt sie auch nicht auf äh nicht jacob josh und die irgendwie eine körperliche beziehung miteinander und ellen geht davon aus dass er danach abreisen wird und da entsteht dann mehr raus ohne dass die beiden eigentlich richtige gespräche führen denn beide verheimlichen ja was voreinander sie sagt nicht was sie studiert er sagt nicht dass er weiß was sie studiert weil er das gleiche studiert es gibt dann auch keine blöde überreaktion am Ende das war immerhin ganz gut aber sie verheimlichen halt was voreinander und es entsteht trotzdem nähe ohne dass die beiden irgendwie ehrlich miteinander kommunizieren das war gar nicht meins und zum glück war es nur kurz ich habe jetzt 1,5 Sterne vielleicht auch zwei vergeben das war es jetzt das war ein langer Lesemonat ich habe wirklich vielfältig gelesen es waren richtig gute Sachen dabei es waren aber auch diesmal richtig auch richtig flops dabei das hat aber trotzdem Spaß gemacht darüber mit euch zu quatschen und dann sehen wir uns in einem meiner nächsten Videos macht es gut tschüss